Heute nehme ich die Tagebücher von Adam und Eva, geschrieben von Mark Twain unter die Lupe. Das Buch wurde 2005 von Andreas Nolan aus dem Englischen übersetzt und ist im DTV-Verlage erschienen. Die Erstfassung des Buches stammt aus dem Jahr 1893, wo Mark Twain nur die Tagebücher von Adam geschrieben hat. Es war ursprünglich ein Werbetext für die Pan-American Exhibition. Erst zwölf Jahre später, nach dem Tod seiner Frau Olivia, hat er dann die Tagebücher der Eva ergänzt und die vom Adam auch nochmal komplett umgeschrieben und daraus ein ganzes Buch gemacht. Die sehr älteste Liebesgeschichte der Welt beginnt mit den Aufzeichnungen von Adam und zwar zu dem Zeitpunkt, an dem Eva die Bühne der Welt betritt. Adam ist am Anfang eher genervt von dieser neuen Figur da in seinem Leben. Er möchte eigentlich sein Leben am liebsten so fortsetzen, wie es war und ist ein bisschen irritiert dadurch, dass sie ständig allen Dingen einen Namen gibt, um ihn herumschwänzelt und ihm ständig nachläuft. Er versucht sich zu verstecken, aber es funktioniert einfach nicht. Erst später, dann nach dem Sündenfall, da fängt er dann an, ihre Gesellschaft zu schätzen, ihre Vorzüge zu würdigen und sich nach und nach in sie zu verlieben. Darauf folgen die Tagebücher der Eva, die im Prinzip diese gleiche Zeitspanne beschreiben, diese erste Zeit im Paradies und auch danach, sich aber komplett von der Geschichte des Adam unterscheiden. Also man merkt, die Eva hat in der gleichen Zeit ganz andere Dinge erlebt, ganz andere Eindrücke der Welt gewonnen als der Adam. Auch im Sprachstil sind die beiden Aufzeichnungen komplett verschieden. Der Adam spricht eine ganz saloppe Sprache. Er formuliert kurze Sätze mit einem nicht sehr beeindruckenden Wortschatz, während die Eva in ihrem Stil mit Fremdwörtern um sich wirft und durch kompliziert gebaute Sätze brilliert, dabei fast schon altklug wirkt und manchmal sogar ins Poetische abdriftet, wenn sie den Sternenhimmel beobachtet oder sich Gedanken macht, woher der Mond kommt und warum der jetzt nicht mehr da ist. Also es ist sehr interessant. Auch im Stil beschreitet das Buch verschiedene Wege. An manchen Stellen ist es direkt komisch, an anderen wieder ist es eine etwas zu ernst gewordene Satire und dann kommt man wieder in ein Liebesgedicht hinein, das durch seine Romantik einfach nur überwältigend ist. Die Rollenverteilung in dieser ersten Menschheitsbeziehung hat Mark Twain sehr einseitig gewählt, wobei die Eva auf jeden Fall mit einer sympathischeren Rolle wieder vorkommt als Adam. Wahrscheinlich ist es deshalb so, weil er das Buch direkt nach dem Tod seiner Frau geschrieben hat und er es als Tribut für diesen geliebten Menschen gesehen hat. Als männlicher Leser muss man sich darauf ein bisschen einstellen, damit man nicht vielleicht an der einen oder anderen Stelle das Buch zuklappt und es beleidigt aus der Hand legt. Das Buch richtet sich definitiv an Erwachsene, nicht weil es jetzt nicht jugendfrei wäre, ganz und gar nicht. Das Buch kommt ohne der geringsten anzüglichen Szene aus, aber man wird wahrscheinlich die Ironie und den Witz und die viele Lebenserfahrungen, die darin eingewoben sind, nicht ganz verstehen, wenn man noch keine Erfahrungen mit dem anderen Geschlecht gemacht hat. Die Geschichte liest sich ganz leicht und flüssig. Man ist bei den 82 Seiten auch recht schnell durch. Ich kam aus dem Schmunzeln oft nicht heraus, wenn ich die beiden bei ihrer Reise durchs Paradies begleitet habe und darüber lachen musste, welche unlogische, naive Schlussfolgerungen sie oft über die Welt ziehen. Also es ist wirklich sehr unterhaltsam. Und zum Schluss habe ich mich dann auch sehr gefreut, dass die Schlange doch so überzeugend in Evas Ohr gezischt hat. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Selberlesen. Falls ihr das Buch bereits gelesen habt, dann würde mich eure Meinung dazu interessieren. Schreibt mir gerne einen Kommentar dazu und wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir einen Daumen hoch und abonniert die Leselupe.